Shake it down! Aber für mich ist sowieso ein Wunder, warum das überhaupt funktioniert. Aber ja, keine Ahnung, scheiß drauf. Ich erzähle euch einfach, was ihr jetzt dazu machen müsst. Und zwar, ihr müsst einfach eine ganz normale GTA 5 Online-Sitzung starten. Danach müsst ihr einfach schauen, dass ihr ein CEO-Bürogebäude habt. Das könnt ihr im Internet bei Destiny 8 kaufen. Und wenn ihr das dann habt und in irgendeiner öffentlichen Online-Sitzung seid mit eurem Charakter, könnt ihr ja mal euren Betrag von eurem Geld mal aufschreiben und euch kurz mal merken, weil es nur uns angezeigt wird, wie viel Geld ihr bekommt. Also merkt euch mal den Betrag, den ihr oben rechts stehen habt, wie viel Geld ihr habt. Dann geht ihr auf Start, auf Charakterauswahl und wechselt einfach zu eurem Zweitcharakter. Und dann schreibt nochmal die Zahl auf, was ihr dann auf dem Konto habt. Also bei mir hat es jedes Mal beim Charakterwechseln 825.000 Dollar gegeben. Also es funktioniert nur vom Erstcharakter auf den Zweitcharakter. Das heißt, wenn ihr dann wieder auf den Zweitcharakter seid, wechselt einfach wieder in den Erstcharakter, wechselt zurück in den Zweitcharakter und ihr bekommt nochmal 825.000 Dollar. Keine Ahnung, warum das so ist. Keine Ahnung, was da sich Rockstar dabei gedacht hat. Aber ich finde es doch, ist ein ordentlicher Glitch, um mal wirklich fett Geld zu machen. Also einfacher geht es wirklich nicht. Also man kann nichts anderes machen, wie in der Sitzung, in der öffentlichen Sitzung sein, im Bürogebäude haben, von einem CEO Bürogebäude und dann einfach auf den Zweitcharakter wechseln. Fertig. Mehr gibt es da nicht. Und ihr macht richtig übertrieben fett Geld. Also ich finde den Glitch mega geil und deswegen hoffe ich dort, dass es euch gefällt und dass ihr richtig fett Geld macht. Also Jungs, ich bin mal an der Stelle raus und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut rein, macht's gut. Ciao. Achso, ja und bevor ich es vergesse zu erwähnen, erstmal fettes Dankeschön an dich, WFG, Bronix und Armin, weil ihr mich da rechtzeitig darüber informiert habt, dass ich das heute Nacht noch hochladen kann. Fettes Danke. Alle drei Kanäle sind unten in der Videobeschreibung. Das sind alles drei krasse YouTuber, wo ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen solltet. Lasst auf jeden Fall mal ein Abo bei denen da, weil die haben es sich auf jeden Fall verdient. Also Jungs, jetzt nochmal zum zweiten Mal. Ich bin raus. Ciao.